Musik Für diese Oper speziell ist die Musik von Richard Strauss mit einer sehr großen Zugwirkung behaftet. Man wird in diese Musik hineingezogen. Musik Also wir finden in dieser Oper eine Familienkonstellation, die man als krank bezeichnen könnte. Es gibt keine wirkliche Empathie zwischen den Familienmitgliedern. Es gibt Gewalt. Es gibt Erniedrigung im schlechtesten Sinn sozusagen. Musik 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 Musik